Reden Sie mit Ihrem Mitglied in der PKK-Kommission, mit Herrn Olenitschak, was denn da berichtet wurde zum Thema Linksextremismus. Beschäftigen Sie sich mit dem Verfassungsschutzbericht. Und wenn Ihnen das nicht passt, dann führen Sie in der PKK darüber Diskussionen. Sehr geehrte Frau Dr. Pehle, Sie haben gerade geäußert, Sie sind ja Fraktionsvorsitzende, Sie wissen ja, wovon Sie sprechen, dass wir uns von unserem Vertreter in der PKK-Kommission berichten lassen sollen, was dort so besprochen wird. Also ich muss sagen, diese Aussage impliziert für mich, dass das in Ihrer Fraktion gang und gäbe zu sein scheint, dass Sie sich aus dem PKK-Ausschuss berichten zu lassen oder berichten lassen. Und das ist ja schon ein Grund mehr, um diesen Untersuchungsausschuss voranzutreiben. Wenn Sie also diese geheimdienstlichen Informationen in Ihrer Fraktion austauschen und damit zu arbeiten, halte ich das für grenzwertig hochziehen und das muss beleuchtet werden. Vielen Dank. Vielen Dank.